Hallo und herzlich willkommen zu einem World of Warcraft in... in... wie heißt das hier? Festung des Drachmahls. Okay, okay wir müssen Flaggen einnehmen und die Third Festung bringen. Allerdings war ich glaube ich hier noch gar nicht. Dahinten sind die Allis. Also müssen wir da hin, die Flagge holen und hier her bringen. Ich habe so schon mal gespielt. Ja, ich erinnere mich dran. Ganz schwach. Ganz, ganz lang ist es her. Wollen wir noch einen Witz anhören, was dieser... Witz. Ich bin hübschig. Oh, so hübschig. Ich bin hübschig. Okay. Also ich nicht, sondern sie. Go, go, go. Auf gleiche richten... ach schade hätte ja klappen können ja 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 so ja nicht mehr keinen vor so gleich Waffen Lachen auch Sattel und schauen wo sind die anderen dann nicht mensch waffen 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 aufsatzteint aufsatzteint okokokokokok ich hab doch keine Zeit los komm mach hin ist schon spät schlafen gehen gleich mal ein schlechtes ohne ohne entweder treffen wir jetzt alle was für die flagge unsere flagge behalten oder wir spielen so weiter wie gerade und gewinnt das spiel vom kampfrausch ich hasse paladine ich habe sowieso keine schlange gegen paladin das ist das ist das ist das ist Oh, ich kann doch mal die Möge zurückkehren. So, ich habe ihn weit genug weggelockt. Wir haben eine Wiedachtigung. Die Horgeflagge ist unterwegs. Wo ist sie denn? Ach, das ist eine Kanalisation. Hab ich den zurück geholt oder? Extra Punkte, extra Punkte. Nice, nice. Da kommt ein extra. Das ist eine kleine Schmerz. Das ist eine kleine Schmerz. Wow, das Schalker jetzt war richtig gut. Da hab ich jetzt mal gespannt. Oh, dritten Platz ey. Cool. Zweimal zurückgebracht. Drei Kills. So, ich muss weiter was machen. Sonst falle ich mit meinen Punkten wieder. Ja. Perfect. Dritter Platz. Horde. Ja. Das war mal eine super nice Runde. Finde ich zumindest. Schlachtfeld verlassen. Und ja, hier die Quest noch schnell abgehen. Was hab ich denn hier schon? Das ist ein Stab? Ja. 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 Ich muss zwei Hände haben. Wenn schon. So, dann schwimme ich mal schnell hier zurück. zu meinen Homies und frage wie es denn so geht. Kleinen so was neues für mich. Und dann geht's zur nächsten Runde. Oder besser gesagt. Da geht's morgens zur nächsten Runde. Dann werde ich ausmachen. Schlafen gehen. Und morgen dann arbeiten. So. Was geht? Was gibt's Neues? Okay. Eine Quest. Na gut. Das kann ich auch nochmal schnell machen. Wir sind mal dahinten. Runterschwimmen. Oh. Schon wieder ein halbes Level. Und dann bin ich. Level 83. Ich hätte einfach seitelang schwimmen müssen. Na egal. Mal. So. Quest abgeben. Quest annehmen. Und. Dann soll ich morgen. Recht herzlichen Dank dass ihr zuschaut habt. Ich würde mich freuen wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis dahin mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.